Hallo Leute, willkommen zurück beim Redtox in die Redtox Werkstatt für unser neuer Projekt, diese Porsche 911 Carrera RS aus dem Jahr 1973. So, übrig, ich habe noch ein paar Infos zu geben über die Spiele. So, jetzt der Spieler dann auch eine neue Update bekommen, das ist die 1.5.11 mit so, da kann man die ganze Werkstatt modifizieren und dazu ja, ich habe es auch die Update, die ist noch bei mir, die habe ich auch dabei, aber ich habe sie nicht installiert, weil ich will, wenn das funktioniert, so weit, weil wenn die machen noch neue Update, dann muss ich leider, dass mein Plan wieder enden, aber ich will so machen, wenn ich habe die Level 30, so 30, ich werde diese ganze Werkstatt wieder anpassen, mit Farben und alles, wie das wäre, dran kommen und noch dazu, da werde es auch eine neue Änderung geben in meinem Projekt, K-Mechanik, das wird auch K-Mechanik Tüning jetzt geben, so würde ich auch das machen jetzt, das heißt, ja, dass im Moment Geld haben wir, okay, aber in die Nacht, so, wenn wir sind, so, wenn ich bin Level 30, da wird es eine mega, mega coole Let's Play wieder geben, mit Tüning und alles, was man sich vorstellen könnte in dem Spiel und das werde ich auch mit euch machen und da habe ich auch schon meine Banner hergestellt, aber bleiben Sie entspannt, wenn ich bin Level 30, so wie das funktioniert, alles so gerade, dann, ah, da kommt eine Neuigkeit für euch, Sie werden auch begeistert sein, okay, wir fangen an, so viel Gequatsch, wir müssen noch an dem Arbeit, oder, sonst, das funktioniert auch gar nicht so weiter, so, ich muss alles demontieren jetzt, ernsthaft, der Motor, oh, was habe ich gemacht jetzt, ich will erst mal demontieren, ja, lasst er mich nicht mehr dran gehen, Ah, jetzt doch, ich muss erst mal die Ölwand wegmachen, jawohl, so, machen wir erst mal alles schnell, werde ich auch behaupten, dieses Mal, wenn das funktioniert, so, Generator, oh, kann ich auch nicht wegmachen, Ah, ja, die Kal-Riemen, die Kal-Riemen, so, Moment, wo ist die, die Kal-Riemen, jawohl, und noch eine Kal-Riemen, das ist ein kleiner Motorblock, Sie sehen auch, und übrig, wenn die Level 30 ist, da, mit diesem ganzen Update, was ich habe vor, da habe ich eine Menge, Menge Update von so K-Mods, die schönen Vorbereitung, da werden sie auch Spaß weiterhin haben mit mir, weil da sind eine Menge Mode, so, ich habe das jetzt auch bekommen, und, ja, BMW M6, BMW X6, Jaguar XPS, glaube ich, noch so viele Autos sind noch da, zu kommen, für das Projekt K-Mechanik, das könnte ich auch schön versprechen, und, ja, übrig, die paar Autos, so, jetzt gerade die Porsche 911 Carrera RS, die gerade jetzt im Moment in die Werkstatt, hat auch eine neue Update bekommen, die habe ich leider nicht installiert, aber, wenn soweit ist, alles okay, mit Level 30, was habe ich, so, ich vermute, dass ich erreiche auch das, so schnell wie möglich, ich hoffe mal, jetzt sind wir noch nicht da, aber, das könnte auch funktionieren, und, ja, da habe ich so viel Mods mit Auto runtergeladen, da haben wir eine richtige Auswahl, auch für die Autos zu tunen, zu tunen, weil, ehrlich gesagt, dieses Spiel ist auch, auch gemacht für Thüning, ja, das muss ich auch zugeben, da ist auch nicht nur die Auto, ja, du schraubst rum, und, machst du die neue Auto anfahren, nein, 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 da ist auch die Möglichkeit zum Thüning, der Motor, zum Off-Motzen, und, ja, so wie das hat auch sich gegeben, damals in der K-Mechanik 2015, so, Moment, ich will die Klammer habe, ja, die Klammer, hallo, jetzt, ja, und ich hoffe, sie haben auch Spaß gehabt mit dieser letzte Auto, das war die von Mustang, aber ich habe gesehen, dass die hat auch schön gut Aufruf bekommen, da bin ich auch sehr begeistert, und dafür, ich denke mal auch, dass mit dieser Neue, so, nicht Let's Play, aber wir machen weiter mit dem Spiel, aber in der andere Art, so habe ich auch gedacht, mit Thüning, und, ja, auf jeden Fall kriegt man Spaß dabei, sie bekommt auch Spaß dabei zu sehen, das Projekt, okay, jetzt die Motor, aber auch sehr, sehr viel weggeschrauben, aber das ist noch nicht so ganz, fertig, muss man auch Motor, ja, Motorstände, jawohl, umdrehen, ja, lass mich nicht alles umdrehen, jawohl, so, jetzt, so geht das, ja, und wie gesagt, jetzt haben wir drei Autos in die Werkstatt, was auch super, oder, da könnte man auch nicht so drum meckern und sagen, ob, ich habe auch kein Geld investiert für neue Autos, nur eine oder so, ne, 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 jetzt haben wir auch was einvestiert, aber da ist der Motor, uh, ja, so, jetzt, äh, 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 die Nöckenwellen die sind auch fest geschraubt sehe ich gerade mit verschiedene Nöckenwellen Lagerdeckel ja das ist auch andere Motor und ich weiß auch nicht was hat sich neu gegeben bei diesem Update für die Porsche 911 weil wie gesagt wie gesprochen diese Porsche 911 hat wieder ein Update bekommen von dem Motor er hat Sachen verändert oder verbessern ich glaube verbessern nicht verändert aber verbessern und ja das habe ich leider nicht installiert aber wie gesagt ab Level 30 kommt eine frische Update wenn so ist das für die Moment wenn die machen auch keine neue Update Switcher drehen weil ich weiß es nicht wie gesagt Kamekaniker so viele Update gemacht dass die letzte Update die habe ich auch aber ich habe sie nicht direkt installiert ja ich habe auch gesagt bevor das Spiel noch so viele Änderungen und sowieso das gibt keine große Veränderung da könnte man nur in diese neue Update nur die Werkstatt modifizieren und ja dann habe ich auch gedacht ja okay lass mal die Modifikation weg für die Moment und mit Level 30 Mama die ganze Update mache ich drauf und fertig ja weil wie gesagt das ist schön so viel Update zu machen das muss auch etwas geben gut jetzt habe ich die haben wir die Möglichkeit in dem Spiel wie gesagt die Werkstatt zum Individualisierung individualisiert das heißt du kannst die Boden wechseln und Farbe du kannst noch äh was könnte man auch machen die die Farbe und die Wind wechseln die Schublade Farbe wechseln ja da habe ich auch gedacht ja gut das ist auch vielleicht für mich auch eine neue so nicht eine neue idee weil ich aber auch gedacht dass irgendwie ich muss auch ab level 30 könnte ich auch meine werkstatt komplett wieder umbauen und auch mit diese neue banner ja eine schwung bringen in dem spiel so jetzt habe ich alles demontieren ok ja das ist ein kleiner motor sie sehen auch aber da brauchen wir auch ein bisschen zeit dafür ja gut stream muss ich noch gucken vielleicht die wo ich weiß nicht ganz oder wie das wird funktioniert weil ich habe jetzt ein neue neue programm runtergeladen für streams und das muss ich auch wieder so test erstmal wenn das funktioniert wenn der ist besser als ob es ich weiß es nicht ganz weil wie gesagt für stream da brauche man auch immer rechnung so rechnung rechner fähigkeit so leistung und dafür ja ich muss gucken das neue programm ist anscheinend anscheinend war so angekündigt dass er arbeit 1000 mal schneller 2000 mal nicht aber viel schneller als ob es und das muss ich noch testen ich habe auch ein paar teste gemacht mit live streaming mit zwei pc das hat funktioniert aber auf einmal das hat leider sich nicht so verbessern wie die leitung oder keine ahnung was ist passiert ich muss auch wieder mal testen alles wie gesagt da lernt man auch nur sein material mit learning und doing so ist das immer so ich hoffe dass ihnen diese voll kriegt man auch die motor komplett renoviert ja durch meine quatsch meine meine besprechung im am anfang aber vielleicht etwas zeit verloren ich hoffe nicht so kommen kommen ihre körperlade deckel der roll ja und wenn sie aber noch aufregung zu schreiben 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 sie auch ruhige das ist auch immer gern gesehen wurde wenn sie sagen mir auch vielleicht kannst du das so ändern und so ändern das mache ich auch sehr gern für euch alle wie gesagt ich bin auf alle auf alle und ja könnte man auch ein ruhige let's play immer veranstalten mit euch ich denke nicht nur um mich ich denke dass ich habe noch etwas auch spaß dabei zu sehen so was haben wir noch jetzt gerade ich habe noch mal alles demontiert wurde ja warum kann ich das nicht wegziehen hallo jetzt kommen will was habe ich noch habe ich noch etwas vergessen das sieht man auch nicht so kannst da ist noch ja eine kolben die kolbe habe ich vergessen ok dann dann muss irgendwie ja ich habe es gesehen noch eine kolben ok jetzt kann kann ich diese kürben welt und jetzt die motorblock ist weg ok jetzt mal sehen was kriegt man mit die reparatur ja das war die porsche treffe bei mir sie sehen auch zwei porsche auf einmal das auch sehr selten zu sehen in dem in dieser werkstatt oder gut beim porsche nicht ich glaube nicht dass beim porsche die aber nur ein porschen reparieren oder es wäre auch schön lustig wenn sie gehen mit ihrer porsche in die werkstatt und ja da steht für ihre porsche da ja und wie gesagt diese neue sprung so schwung was ich werde bringen in einem spiel da habe ich auch schon ein paar idee dabei und das sollte auch funktionieren etwas kaputt ist gegangen ok gut sie werden mich auch alles sagen aber du brauchst auch geld wenn du willst autotünen und tralala ja gut sie sehen auch dass die geld wachs immer noch und ich kaufe mir auch immer auto die auch sich raumtiere so jetzt ja wir haben ein paar teil kaputt bekommen das ist nicht so dass ich kann alles reparieren wie immer ok wie immer ist das gut jetzt gehen wir dran motor ne motor standard jawohl oh ne da bin ich falsch do moment die kolben da hab ich noch mal genug kolben aber die plöbel lager deckel ich weiß nicht ob ich hab noch genug und diese teile so jetzt kolben jawohl ich sehe schön dass die kolben werden auch nicht reicht weil wir sie wollen das auch für oben für die nöcken welt zu festzuschrauben dann muss man so dann muss ich wieder welche kaufen ob wir wollen plöbel lager deckel jawohl sie sehen auch dass ich habe es nicht mehr so viel von dieser teil aber gut das kauf mal auch gemeinsam da ist auch kein problem und wie gesagt diese update ich installiere diese update wenn da kommt keine neue update vorher bei die level 30 weil gut ich glaube im moment ich glaube nicht dass die machen update weil für die moment das spiel ist komplett gut am laufen wie gesagt da gibt es keine menge zu sich zu beschweren jetzt aber werden wir sehen ich kann euch auch nicht so versprechen vielleicht muss ich trotzdem die update installieren und weil da kommt noch andere update und ja für den moment ich habe auch gedacht ja ich lasse die update für den moment auf die zeit und wenn die level 30 ist da weil jetzt ich bin schon level 27 oh da fällt mir drei level aber das kriegt man schon hin mit die reparatur und die drei auto das kriegt man schon hin da ist auch keine thema normalerweise okay jetzt was muss ich noch gucken ihre da fällt noch wieder was jawohl ich habe es gesehen wie vor dass mama die deckel dran so jetzt kommt die ölwahne jawohl normal auf so welche motor werde ich auch gerade an turbo ein baue aber gut ich will für den moment das nicht riskieren so was brauchen wir noch ja kann man die schwung gerade dran machen jawohl da muss ich auch wieder neue schwung grad kaufen küplung schreibe ja und die küplungs drück platte jawohl jetzt alle schrauben jawohl ich habe auch nicht aufgepasst auf die zeit aber ich werde sagen wenn die motor ist komplett gebaut dann war das noch schnell an dem und die auto und ja kann man auch schluss für diese part ich versuche so schnell zu machen wie die die folge für euch dass das kommt auch immer etwas für euch die wo so jetzt okay kann ich wieder die wasserpumpe drauf drauf setzte ok jetzt kommt wieder die wasserpumpe rimscheibe ach so viel ausgabe für die moment nicht da muss ich zugebe das ist doch super so vergaser jetzt da kommen drei stück die lüft lüfter lüfter seitlich ok da brauche ich drei stück das ist schön eine teil die nicht mehr da ok lüfter das kriegt man auch schnell lüfter so die seitlich da sind die ja gut ich weiß es nicht was ist mit dem andere motor da kauf ich lieber achte stück vielleicht brauchen wir das irgendwann wieder zurück so nicht zurück aber irgendwann wieder und dann das ist auch schön dran aha das das sieht man auch schon die unterschied wenn die motor ist neu wieder gemacht das ist auch immer super zu sehen dass das kleines das ist wie neue so vergaser jawohl das ist die letzte vergaser und jetzt noch die lüfter seitlich ok jetzt moment filter habe ich dran ok ja gut ich kann jetzt im defekt der motor umdrehen ok dreht mal die motor ja das wir können noch arbeit ruhige arbeit so jetzt ok jetzt ich muss auch mehr klick jetzt so und weiter geht's montage jawohl nicht die zielender kopf war mal die sunkerz jawohl die sunkerz sind auch immer wichtige wie gesagt für die moment lasse ich so mit die update das kommt level 30 aber wenn das kommt die update früher so an der update dann muss ich leider diese neue update installieren weil sonst läuft auch das spielt nie mehr das ist auch immer so dass man auch nicht so weiter das spiel benutzt wenn die update sind auch nicht immer frische so normalerweise schön könnte man auch benutzt jetzt gerade bei mir ist die folge ich habe die update auf die zeit gemacht aber wenn ich will jetzt der komplett neue update installieren mit nur ein update dann ich muss erst mal die neue update wieder dran machen so nöckelwelllagerdeckel ok das findet man auch das findet man auch in dem shop noch können will aber was war das für gut r6 war das wie viel kauf war ich weiß nicht ganz genau mama 17 stück ich habe genug geld kauf mal auch 17 stück weil vielleicht brauchen wir das auch irgendwann weil ich weiß nicht wie viel passt jetzt ja ich habe es auch richtig gekauft ohne zu geachtet doch ich habe geachtet ich habe auch gedacht dass vielleicht ist auch diese nur können wenn lagerdeckel r6 so noch einmal nur können will lagerdeckel ja und mal sehen wie was für geschwindigkeit erreichen wir mit ihm neue motor aber 22 sollte auch in die drehung sein dass auch ein oldtimer das ist auch keine moderne autos aber ich könnte mir auch vorstellen in eine zukunftige zeit das auto zu tun und noch etwas bessere mutter anbauen war wie gesagt vielleicht mit turbo lager und turbo lager und ja oder kompressor könnte man alles test normalerweise in dem spiel ist auch so gemacht dass sie können das motor modifizieren ja und dann loslegen ob dann aber das die sich mit ihr verkauft noch mal glaube ich auch schon werden wir sehen werden wir sehen so ist das auch jetzt bei mir das jetzt das neue projekt so neue schwung thüning zu machen mit rote und ob geld zu machen und auch viel auch für ein paar abonnenten wenn sie haben auch lust da könnte ich auch ein auto für euch da las in meine garage und wenn sie wollte auch wieder das auto sehen dann könnt ihr auch zurückschreiben in die kommenten ja sagen wir noch kurz mein auto fahrt noch eine kurze runde oder so das könnte man auch machen sowieso ich aber schön gesagt zu pwb ok da mache ich ihm eine vormustern so wie ich habe gehört er will auch eine moderne von mustang jetzt ich habe gedacht dass er wohl die alte von mustang aber nein nein der will an moderne von mustang dann werden wir auch das machen so nur können will rade ok nur können will rade nur können weil rade er 6 jawohl da kommt kopfmann auch kann ahnung vier stück oder so dass es ist immer auch verlangt so nur können will rade ja wohl so jetzt kommen diese kette steuerkette aber die haben auch repariert so eine wunde die kette rade aber nicht reparieren ja ab und zu könnte man auch nicht alles reparieren so kette rade da muss ich auch so schreibe kette kette rade was ist das hier ich hab's kette rade ich kopf mir rein weil wie gesagt diese motor der kleine motor ich weiß nicht ob da muss man sehr viel das so ich weiß nicht ob viele autos haben diese motor das werden wir auch sehen in einem spiel aber er ist auch schon gut der mutter so ein verteiler standard habe ich keine mehr so ein verteiler okay standard ich hab's falsch geschrieben wieder ja ich manchmal so fuß und der steiner standard ja da kaufe ich lieber vier stück ja ich könnte auch normalerweise so ja fünf stück okay so das haben wir sind verteiler jawohl dann jetzt achtung jetzt kommen die zum verteiler verlaufen jawohl dann jetzt die sun verteiler klappe und sie werden sehen ich bin mir sicher dass ich habe keine klammer oder das waren ein paar klammer kaputt ich habe noch welche das muss ich auch noch kaufen jawohl ok und jetzt was kommt jetzt noch dran adi die kellerin die kann ich leider niemals reparieren er frage was ich auch warum aber gut ich muss auch geld ausgegeben wurde ich kann auch nicht sagen ob so kellerin r6 war das das muss ich auch sehen 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 wo ist das typ b war das typ b und typ a brauchen auch weil das in zwei kellerin riemen immer so ich hab's gelernt dass immer zwei kellerin riemen da stehen ja wie gesagt da gibt es zwei kellerin riemen so neben die generator ja ich muss mehr summe kellerin riemen jawohl typ a ok was noch was kommt noch da ist die motor noch nicht fertig ah ja hier fällt noch was an nur können will lager deckel und jetzt kommen die ziel in der kopf ober jawohl und bitte schön schrauben mal das weiter fest ach das ist auch ein anspruchvoll das motor aber ich bin noch gerade so viel gesund kommt noch zwei schrauben jawohl noch eins noch eins bevor dass der deckel geht weg so jetzt kommt die sun kabel jawohl sun kabel habe ich auch nichts ich habe keine da sun kabel habe ich auch keine da oh je dann mama mama auch die sun kabel sun kabel r6 jawohl da kauf ich noch eins ich wollte noch eins kaufe ja ich habe ich habe noch was im reserve genommen so jetzt jetzt moment achtung sun kabel jawohl und jetzt 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 ist die motor fertig ah nee 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 ah da da kann ich auch das nicht zulassen hoppla das könnte ich auch nicht zulassen haben sie gesehen da waren noch alte teile dran so was ist das für ein teil die kraftstofffilter hahaha ja das muss weg leider muss das weg weil der wach kaputt kraft kraftstofffilter standard ja wohl und kraftstoff pumpe ja da kaufe ich auch lieber auch wieder welche mit so ja das ist das ist eine kleine ausgabe mit geld muss ich zu geben aber jetzt bin ich so weit so jetzt motor jawohl jetzt montage jawohl kraftstoff filter jawohl so der motor ist fertig dann ich muss gucken was haben wir hier da muss ich noch die die brems kraftverstärker demontieren hallo soll das auch nee jawohl ok das war's ja wie gesagt er diese auto hat üblich bekommen und das muss ich auch wenn wir sind soweit auf level 30 mit die update dann wäre das auch neu gemacht so nicht neu gemacht aber die auto werden auch neu geübt so ich habe es auch repariert jawohl dann machen wir die motor dran und dann mache ich auch diese part am ende dass wir haben auch etwas neu zu sehen gut für die moment 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 hallo ich will noch nicht mal die motor aufbau ich will dass die bremskraft veragę jawohl so der motor bloc die muss ich jetzt demontieren ok motor entfernt doch noch motor entfernt was mache ich jetzt ich war seit nie mehr so beschäftigt mit dem spiel aber jedoch so muss auch stände ja wohl entfernt ja wohl so wo ist die motor stand ok motor kran gerät bewege das ist zu die erste bühne normale oder erste zweite a die erste ich habe immer nicht so verstanden warum das ist die erste bühne der zweite ist hier ok gut der zweite ist hier wo ist er jetzt wieder hallo ok muss auch motor idee das fahrzeug anbauen jawohl so jetzt jetzt ist alles da jetzt ist der motor da ok aber jetzt mama auch wie folge ich muss noch was bauen jawohl die kühle noch einmal die lüft lüfte fahrt sage ja lüfte lüfte sage jawohl jawohl und jetzt jetzt ist die motor fertig ja gut ich muss noch die getriebe war die getrieben muss ich erst mal die ganze reife und so aufhängung machen ohne und dann ja auspuff haben wir noch zu machen ja ok gut die erste schritt ist gemacht der motor steht so fast so gut und dafür mache ich auch diese part am ende ich weiß nicht wie lange das hat gedauert aber in die nächste folge machen wir die ganze aufhängung und ja weitermachen das gibt eine reine worte weitermachen ok bleiben sie dran ich wünsche euch alles gut und ciao ciao ja 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 ja